Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zum neuen Video. Im August, ja es ist schon ein paar Tage her, war ich zusammen mit vielen anderen Bloggern und dem ganzen Team von Riders Steel im schönen Redefien auf dem Haupt- und Landgestüt. Denn wir haben für euch einen richtig geilen Imagefilm gedreht und es waren zwei richtig geile Tage. Wir haben nicht nur viel gedreht, sondern auch super, super viel Spaß gehabt. Wir hatten die Möglichkeit, die ganz tollen Hengste vom Landgestüt zu reiten. Es hat sehr viel Spaß gemacht, nicht nur mit den Tieren zu arbeiten, auch mit dem Team. Und auch untereinander muss ich sagen, ich hatte erst so ein bisschen Bedenken, dass wenn so viele Blogger auf einen Haufen kommen, dass es vielleicht den einen oder anderen Stress irgendwo geben kann, aber absolut gar nicht. Also alle Mädels waren so toll. Es war so eine tolle Stimmung, den ganzen Tag am Set auch und so, auch wenn es ab und zu mal ein bisschen stressig war. Aber wie gesagt, wir hatten auch beim Dreh teilweise wirklich super, super viel Spaß, was man eben auch in dem Imagefilm sehen kann. Neben uns zeigt der Imagefilm natürlich die neue Riders Steel Kollektion. Die Reithosen, die Reitleggins, die Reitsocken, die Gamaschen. Und die Reithosen, die gibt es aktuell wieder im Deal, kosten 49,99 Euro, was ein sensationelles Preis-Leistungsverhältnis ist. Und den Link stelle ich euch in die Infobox. Und ich will jetzt auch gar nicht viel weiter länger drum herum reden. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß mit dem Imagefilm, den ich euch jetzt zeige. Und by the way, notiert euch am Dienstag, steht schon in der Pipeline, kommt ein neues Video online mit den Reitfortschritten von Q und mir. Und nun ganz viel Spaß mit dem Film. Musik 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.